kannst du mal gucken ob du mich da siehst ja ich sehe das anfangbild super werbung ich schaffe sein server aus das witzige ist ich kann hier ein delay bis zu 30 minuten einstellen wenn ich bock habe wie ist so die qualität und 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 Das war doch. Ja, ich habe ihn gerade gefunden. Hat sich schon wieder so viel geändert, dass er die Welt wieder runterladen muss? Hahaha, macht er doch immer. Ich bin mal gespannt, ob mein Schiff sich weiterbewegt. Ich habe gestern ausgelacht, komm heute rein und denk mir. Was stimmt ja nicht. Meine Schiffe, die beiden kleinen Schiffe, die da hinten stehen, die hat sich doch woanders stehen. Und ich gehe nach den Staten, arbeite dann und habe immer eine Energielehr. Ich gehe dann in mein Schiff, ein großes Schiff rein, will mich aufladen und denke mir. Warum hast du keine Energie? Du hast doch da oben so einen Laden, du hättest drauf, 18 Stück. Das sollte doch reichen. Guck drauf und denk mir, warum sind die alle rot? Guck, wo die Sonne ist. Warum steht mein Schiff jetzt auf dem Kopf? Ja, da ist so ein Schaf sein Server irgendwie ziemlich merkwürdig. Noch jemand da? Ja. Ja, ja. Ja, ich muss hier mal die ganzen Sachen hier anders da anordnen. So, jetzt passt das. Machen wir so. So, zack. Laden, bin am Laden. Was ich allerdings noch nicht so ganz kapiere ist, ich habe hier, was ist das? Was soll das hier sein? Commercial Break in 88, 87. Ah ja, okay. Ach, ich kann da... Hä? Ich kann da selber bestimmen, wann da die Werbung fliegt oder wie? Also jetzt ist gerade Werbung. Jetzt ist Werbung? Jetzt ist Werbung. Für ganze Minute? Jetzt schon wieder Werbung. Also es war gerade Werbung, dann war kurz... Kurz... Hier steht... Dann jetzt wieder Werbung. Ja, ja, hier steht Commercial Break 50 Sekunden. Okay. Social Media Post. Der Shuttle Space Engineers, wir bauen uns eine Welt. Hitbox Live. Post. Ah. Was? Pop-Up blockiert? Nee, nix mehr. Warum lande ich denn schon wieder beim Schaf auf dem Schiff? Wieseschnitt. Baust du eigentlich eine Station oder was baust du? Ich habe erst einmal mir Rohstoffe besorgt. Ah, stimmt. Let's post a sticky message. Oh no. Überwiefern bin ich das Schiff hier vom, 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 vom lieben Slave, ne Bauchschiff. Da hinten bist du der Shuttle. Was machst du denn da hinten? Wo bin ich? Hä? Da ganz hinten. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder ein neues? Das fand ich, weil dein Energie weg ist. Nee, kann nicht sein. Ich hatte über, äh, 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 2K, äh, Uran da drin. Was ist denn der, Müll? Ja, ich lande auch immer beim, beim, beim Schaf auf der Station. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich aus Versehen meine Krankenstationen abgebaut habe und wieder aufgebaut habe. Nee, eigentlich nicht, oder? Nein, die, nein, die kommt ja dann wieder. Ja, ich habe ja auch eine neue gebaut, beim, beim, beim Schaf auf der Station. Hm. Also meine kleine Schiffe sind noch da. Das passt alles. Na gut. Ich weiß noch nicht, warum hier noch Licht an ist, warum ich hatte hier eigentlich ausgeschaltet. Aber na gut. Also da bist du. Ja, bin ich. Grinder und so weiter. So, und wo hatte ich mich jetzt hier niedergelassen gehabt? Muss ich jetzt mal gucken. Irgendwo hatte ich mich hier niedergelassen. Nee, boah. Da unten war das. Richtig, da bin ich da lang geflogen. Dann war ich da in dem Loch da drin. Und hatte mir da ein bisschen was zurecht gebuddelt gehabt. Hm. Man hat mich meines Schiffes beraubt. Nee, eigentlich nicht. Patrick war's. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Der ist mir nämlich gestern hinterher geflogen. Nee, Patrick hat gestern Abend noch ein Schaf mitgeholfen. Das Beste ist, das Schaf hat einen riesengroßen Bohrer gebaut, ne? Was macht er denn nach? Zertrümmert den. Schick den in meine Grinder-Station, die ich gebaut habe. Dann hatte sich ein Kampfstift gebaut, so ein kleines. Okay. Um einen Mining-Molar zu stibitzen, der jetzt auch da oben hängt. Und baut sich da Waffen dran. Und fliegt hin und ballert und ballert und ballert und ballert und denkt, ja, der macht gut Schaden. Und ich fliege da von der anderen Seite ran und denke mir, wächst gar nichts Schaden. Und ich meinte, Schafi, du bist jetzt am Schiff dran. Ja, ich bin am Schiff dran hier. Du musst dich einfach mal da vorstellen und das Schiff auf dich zutreiben lassen. Dann kannst du es erobern. Ah ja, weil er sein Körper kaputt war, hat er sich da vorgestellt. Hat sich dem Mannen gewartet, hat dann den erreicht und hat dann den Gatling oben abgeschaltet und den Raketenwerfer abgeschaltet. Was ja super ist. Okay. Aber er hat nicht mal geguckt, ob es auch innerliche Schütze gibt. Und ist dann rein. Und hat dann... Was ist denn hier los? Warum spocken die die? Nö, mein Schiff ist noch da. Da, wo ich es hingestellt habe. Warum fliegen hier denn gerade... Aber du hast recht. Die Triebwerke sind aus. Wieso sind da die Triebwerke aus? Können die Triebwerke? Dürfte eigentlich nicht sein. Stimmt, Patrick abgestellt. Der hat nämlich gestern hier mein Schiff noch angefangen rumzureparieren. Nach 2 Minuten 13 Sekunden 1-0 für Argentinien. Wie interessiert das? Wer guckt Fußball an? Der König guckt Fußball. Ja, sag ich doch. Der hat den Strom abgestellt. das ist doch ein held ich wundere mich warum ich da hallo nicht dass das die maria ist kommen kann damit sein tonnenweise habe ich doch da uran reingeschaufelt da ist kein uran mehr drin klicken auf dem blitz was für blitz da hast du oben ein blitz habe einen blitz ja ich habe einen blitz und dann siehst du die reaktoren hat einer deinen uran rausgenommen weil er mehr uran braucht oder weil ich kann ja anbieten ja die idee wäre nicht verkehrt wenn ich jetzt nie rausgenommen hat keiner was ja wo muss da noch hin sein dass du so gesammelt hast wahrscheinlich hat patrick sich das stibitzt oder ist das vielleicht patrick schiff und nicht gar nicht eins das ist ein schiff ich weiß genau wo ich es hingestellt haben wie es hingestellt haben da steht es ja auch noch aber wäre vielleicht keine schlechte idee wenn man hier sich mal ja ein paar solarpanels dann hinballert ich müsste nur das schiff versetzen ohne strom ja dafür brauchst uran richtig ich könnte aber eigentlich auch einfach das uran aus dem schiff rausnehmen rüber transferieren in das andere wenn spaßeshalber erst einmal gucken ob ich jetzt darf ich hier mal raus ich will ja kann das sein dass du vielleicht dein kraftfeld angelassen hast oder dein gravationsgenerator ja der braucht durch sehr viel uran ja das ding hatte ich äh angelassen ja der stand auf maximum dann brauchte sehr viel energie und das äh da zieht das ding leer gut dann haben wir das rätsels lösung schon mal gefunden warum okay patrick du bist nicht schuld ist er im stream ich bin am stream ja also ich finde dass das läuft sehr flüssig bei mir jetzt hier auf hitbox oder wo ja auf hitbox ich sehe ja was du da machst direkt direkt also ich bewege mich jetzt gerade mal so links rechts links rechts ne du stehst gerade im schiff das ist ja geil lass mal gucken auf die mining carrier 7850 40 30 20 c 7 9 60 40 30 20 10 6 9 8 7 das ist ja schön das freut mich das ist hat was ich mein gut ein viewer bierock hallo hehehe hehehe vielleicht kriegst du dann gleich noch einen zweiten wenn ein kind zuguckt ne ich glaube könig ist hier mit fußball beschäftigt mal 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 kannst du direkt ausschalten also unter cinq brauchst du gar nicht. Weil ein Block hat 2,5 Meter. Achso. Okay. Na gut, das wusste ich jetzt nicht. Sonst könntest du da nicht durchlaufen. Das ist auch wieder wahr. Reine Logik. Wäre manches Mal angebracht. So, drüber nachzudenken. Also ich habe auf 2 Meter geschätzt, aber ich habe es genannt. Also ich habe das in einem Forum gefunden, dass es 2,5 Meter ist. Okay. So, dann schipper ich das Ding doch mal hier ein bisschen Richtung Sonne. So. Sollte man eigentlich so langsam, aber sicher die... Jo. So hoch hätte ich gar nicht gehen brauchen. Das würde eigentlich reichen, wenn ich das... Wo ist denn hier die Sonne überhaupt? Da ist die eine. Dann stehe ich natürlich wieder komplett im Schatten, ich halte. Hust, Hust. Ah, Summertime. Sehr schön. Das freut. So. Wie war das mit der Boje? Produktion. Boje. Noch Rohstoffe dafür hätte ich. Ja, aber ich möchte hier auch mal... Ich möchte die Sachen auch mal selber irgendwie herstellen. Wo ist die denn, die Boje? Hallo, Boje. Was fehlt mir denn? Silizium-Halbleiter. Mal wieder was, was ich nicht besitze. Warum besitze ich keine Silizium-Halbleiter? Keine Ahnung. Darf ich jetzt endlich mal hier aus diesem Schiff raus? Danke. Wie kriege ich jetzt Dichter dazu, mir ein paar Solarpanels vorbeizufliegen? Obwohl, du bist gar nicht so weit weg, oder? Doch. Und eineinhalb Kilometer. Kommst du kurz rübergeflogen? Ich glaube auch noch. Nette Sache. Bringst du bitte noch... Hast du noch Uran zufälligerweise etwas über für mich? Ich muss mal gucken, wie ich habe. Also ich muss sagen, es läuft eigentlich recht anständig. Gut. Mal davon abgesehen, dass der... dass das OBS momentan irgendwie immer wieder versucht, nachzuladen und zum Ruckeln kommt. Warte mal. Ich muss da mal ganz kurz was... gucken. Mikrofon muted. Mal die Puffergröße höher geschaltet. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt gucke ich mal kurz bei Facebook. Ob das da auch gepostet hat. Also auf Twitter hat er es gepostet, aber auf Facebook nicht, weil er nämlich da... Probleme gekriegt hat, die gerade eben mit einem Pop-up. Das kann man ja nochmal ändern. Wechseln. Oder auf Monfort. Absolut. Gut. Vielen Dank. Warum postet der das jetzt nicht? Ähm, Birok? Ja? Siehst du diese Sticky Message? Die was? Äh, da soll irgendwie eine Nachricht direkt oben angeheftet sein. Da müsste drinstehen, willkommen bei der Schotte. Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Ja doch, steht doch ganz oben. Ganz oben steht willkommen bei der Schotte. Warte mal, ich tue sie mal ab, Bänder. So. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Tja. Naja gut, dann weiß ich schon mal, dass das funktioniert.